In Frankreich gibt es ein Buch für junge Menschen, das ist pädophil, total, total pädophil. Wir können in diesem Buch sehen, ein ganz nackter Polizist, ganz nackter Mutter, ganz nackter Großmutter, ganz nackter Bäckerei, Bäcker und so weiter. Und es gibt auch das Hund, der Hund, total nackt. Aber das ist, ja, das ist normale, normale Sache. Aber das ist für diese normale Sache mit dem Hund gibt es alle der Rest, alle die Rest, die keine normale Sache ist. Das ist, um pädophil, pädokriminell zu machen. So ist es hässlich.